Wäre schon geil, wenn wir den kaufen sollen, oder? Willst du wirklich? Ich weiß nicht. Ja, oder? ARD Text im Auftrag von Funk Leute! Willkommen zu diesem weiteren Daily Vlog, Leute. Heute starten wir den Vlog einfach mal ganz chillig mit dir im Hotelzimmer, Leute. Leute, heute wird es wieder richtig cool. Und zwar treffen wir einen anderen YouTuber. Gestern waren wir bei Team Will und die haben mich ja komplett penetriert. Oh nein! Aber es war richtig lustig, es hat mega Spaß gemacht. Cool, ihn mal kennenzulernen. Auf jeden Fall echt nice. Und heute gehen wir zu Team Bro, Leute. Einfach mal so beide Seiten hier abchecken, Leute. Auf jeden Fall mega, mega cool. Ich habe aber ein kleines Problem. Und zwar guckt euch das hier mal an. Oh mein Gott, es geht einfach nicht ab. Ich hab gestern die ganze Zeit versucht zu schrubben, Leute. Hier, guckt euch das mal an. Hier sind auch noch richtig viele Sachen. Ich zeig euch das mal kurz, Leute. Wir gehen mal kurz ins Bad hier. Und zwar haben wir hier so wunderschöne Tücher. Und vielleicht geht das damit. Ich hoffe es einfach. Guck mal, hier ist noch irgendwas. Was ist das? Creme oder so? Ich hoffe, das ist Creme. So, gehen wir einfach auch mal. Und schauen, ob das jetzt klappt. Bööö. Igitt. Mal schauen. Leute, ich schrubb hier und schrubb hier. Da passiert nichts. Oh, das ist an, Leute. Es geht nicht ab. Ich kann das auch unter Wasser halten, Leute. Das geht einfach nicht ab, Leute. Ich glaube, ich will das jetzt mein Leben lang haben. Ich weiß nicht, wie ich genau das wegmachen soll. Ich muss auf jeden Fall weiter. Egal. Erst mal hilft das hier erstmal. Wir müssen das auf jeden Fall irgendwie wegbekommen. Gibt es bestimmt irgendeine Möglichkeit. Schreibt mal ein paar Tipps rein, wie man Farbe von seinem Körper abbekommt, Leute. Ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal mal zum guten alten Tim und wecken den mal auf. Zimmerservice. Zimmerservice. Wo ist Zimmerservice? Hallo da. Ey, oh mein Gott. Das Tür ist wieder. Oha. Können wir halt. Ich kann nicht aufschreiben. Seit der Elf ging mir die Kamera wieder. Tipps, der war wie direkt zerstört. Oh, oh, oh. Headshot. Hehehe. Leute, ich würde sagen, jetzt gehen wir zu Crispy Rob. Wir haben eine Verabredung mit ihm. Und ja, ich würde sagen, äh, let's go, Alter. Also, wir sind hier bei Crispy Rob angekommen, Leute. Ich bin auch immer echt gespannt. Die haben auch ein neues Projekt irgendwie. Und ja, ich bin auf jeden Fall hart heiß, Leute. Okay, let's go. Hey, was geht, Alter? What the? Alter, wir sind hier in der Team-Bro-Wohnung, Alter. Gestern haben wir noch ein Team-Wohnung, Alter. Ihr seid in der cooleren Wohnung. Oh. Und im cooleren Team, natürlich. Aber was ist das, Leute? Kino 1? Ja. Was ist hier los? Ein kleines Kino gebaut. What the? Oh. 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 Oh, das ist so starre. Oh. Oh, hey. Junge, wie krank. Also, das Video könnt ihr natürlich auch dann schon direkt hier abgucken, Leute. Wir machen hier ein paar crazy Sachen heute. Toll. Ich bin aber immer hart hyped. Eigentlich müssen wir auch was kochen, das wäre ganz geil. Auf jeden, auf jeden. Wo ist denn unsere Eismaschine? Sollen wir so verrückte Eis-Sorten testen? Oh mein Gott. Das wäre geil. Dann lass auf jeden Fall bei mir ein Eis-Video drehen. Ja, auf jeden… hast du nicht schon gemacht? Irgendwie so eine ekelige Sorten? Ja, 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 komm doch noch mal. Ja, los doch. Leute, hier ist auf jeden Fall auch für Snacks gesorgt, Alter. Vielleicht machen wir daraus auch noch Eis. Ja, Mann. Das sind alle unsere Kino-Snacks. Mega-Santa-Schock-Eis, Junge. Wie geil wäre das denn? Ich glaube, ich gönne mir mal einen, oder? Ja, egal. Dreck mal Santa-Schock, mal Santa-Schock testen, Alter. Dann komm, du machst mit. Wir versuchen jetzt keine Minus, was passiert. Nicht? Der eine, wir müssen mindestens fünf gleichzeitig. Okay, komm, direkt mindestens... Ich bewerte, also ich entscheide, wer der Gewinner ist. Okay, okay. Also, warte mal, was soll das Gesicht passieren? Einfach, wir müssen einfach so gucken. Wir haben meistens nichts normales. Okay, okay, sobald einer lächelt, oder sonst was... Irgendwas machen wir. Game over, ne? 2, 1, go. Wir müssen auch fahren, ne? Oh! Oh, guck mal. Leute, wenn das nicht mal richtig geil ist, hat er immer so ein Heimkino, ey. Ok, wie klar, wie viel krank ist das denn, Leute? So, Leute. Warte, Leute, guckt euch das an. Come on, sie stand einfach so hier rum, lol. Ich hab dicke Klippen Ich hab, ich hab dicke Klippen Ah, ich hab dicke Klippen Und sie, ja, was machen wir jetzt eigentlich Ich hab dicke Klippen und sie Stehen einfach so herum Dicke, dicke Klippen, dicke Klippen Dicke, dicke Klippen Dicke, dicke Klippen, dicke Klippen Dicke, dicke Klippen, dicke Klippen Ey Tim, sowas brauchen wir auch für unsere Wohnungen Ey lass einfach klauen, ey wir stehen einfach an Warte mal, hast du den Rucksack noch? Ja, ja, ja Das fällt nicht auf Das fällt nicht auf Fast, fast, fast Egal, fällt eh nicht auf Das war's Leute, auf jeden Fall mega, mega cool hier Und wir können hier sogar Videos an dem Chromecast anmachen Das heißt wir können auch Zeldas peinliche Videos anmachen beim Frühjahr Zelda doch, deine alten Zelda würdest du, dass deine alten Videos hier angehen? Wie die denn da aussieht Leute, auf jeden Fall mega geil, wir drehen jetzt hier ein geiles Video ab Mit diesen ganzen Eissachen, tun wir jetzt in einen Eismaker Und dafür müssen wir noch ein paar Sachen einkaufen Aber das werdet ihr natürlich alles erst in Robsee-Video sehen Denn ich möchte ja hier nicht spoilern Leute Wir machen trotzdem richtig viel crazy Sachen heute noch, wird richtig geil Und ich werde jetzt diesen Strohhalm essen Los geht's Leute wir sind hier gerade im Metro, hier gibt's nur so Riesensachen Das heißt wir müssen jetzt auch 50 Sachen Eigentlich brauchen wir nur so für mein Video zwei Löffel aber Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Eisbecher Lass den kleinen Becher da nehmen Stimmt Wir brauchen ja zum Glück nur drei Magst du eigentlich Käse? Ja, Übel Echt? Ach du Scheiße Ein bisschen Käse ne? Wäre schon geil wenn wir den kaufen würden Willst du wirklich? Ich weiß nicht, ja oder? Ja nimm mit Okay, let's go Also was passiert wenn man mit Cruiser Rob irgendwas macht? Man hat einfach so ein riesen 1 Kilo Käse Natürlich Okay Leute wir haben jetzt einfach so ein riesen Käse gekauft Der jetzt scheinmal 15 Kilo wiegt Und wie teuer war der ganze Schild? Warte 67 Euro Ja Auf jeden Fall sind wir jetzt zuhause Hier ist der riesen Käse Ja ja pack den ruhig in den Kühlschrank Okay Leute ab in den Kühlschrank Mit dem Ding Oh Kriegt man den denn reingestopft? Ja versuchen wir es doch direkt mal oder? Versuch mal zu zu machen Müsst du eigentlich klappen Zu? Noch was du? Ja Klappt? Ja bis drücken Scheiße Okay, okay Wir müssen den irgendwie in der Mitte durchschneiden Dann könnten wir den vielleicht oben drauf Wir brauchen einfach ein großes Messer Auch wenn wir uns einen 14 Kilo Käse gekauft 15 Kilo Käse Aber wie geil wird das gleich sein Einfach den Käse durchzuschneiden Hol dir nach hier den Käse 15 Kilo Ready? Oh mein Gott der Käse wird angeschnitten Was heißt hier angeschnitten? Das ist so schwer Das ist so schwer Sollen wir den in der Mitte brechen? Zusammen? Ja okay okay Ready? Oh Oh Das ist nicht geil Ey den kriegen wir easy in der Woche aufgegessen Passt du denn jetzt in den Kühlschrank? Ja easy oder? Ich glaub so ein Sandwich wird nicht ein Es ist ja zu hoch Es ist ja zu hoch Es ist zu schwer Nein der Topf zu hoch ist Oh mein Gott Es ist zu schwer OHHHHH 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 Okay Drehen wir? Ja Okay Leute jetzt drehen wir das Video von I see you Leute der ganze Dreh ist vorbei Das können wir auf jeden Fall auf Crispy Robs Kanal Richtig kranker Dreh auf jeden Fall Mega crazy Übelst Bock gemacht Wir haben bei Falco auch noch ein richtig geiles Video gemacht Auf jeden Fall auch abchecken Danke für deine Hilfe Jetzt ist mein Wir haben zusammen mein Zimmer gepimpt Moritz hat verkackt Alter Also naja Ob das gepimpt ist oder ob das jetzt ruiniert ist Ist Geschmack Ich sag Leute alles eine Frage Würdest du es zeigen? Leute also diesen Blitz hier hab ich gemacht Also der ist super platziert Leute Und guck mir einfach mal mein Gesicht an Das feiere ich immer so ein bisschen Das bin ich gar nicht so erinnert Wir haben auf jeden Fall noch vor jetzt ein wenig Essen zu essen Macht man das mit Essen? Ich denk schon Weiß ich jetzt gar nicht Weil mit Essen wusste doch eigentlich dass der Zucker 100% Zucker drin sein soll Wir haben uns auch Salz benutzt Schrecklich schrecklich Leute auf jeden Fall Wir gucken nachher noch einen Film Oh ja Oh ja Hier sitzen wir nach und Gott ist einfach ein Film Me- also das ist einfach so mega crazy Also wir haben hier einfach so ein Kino aufgebaut Alter was Hier ist sogar ein Kuschelsitz Oh Tim und ich sitzen da nachher Ok Leute ich würd sagen wir können uns erst einen Film und dann sehen wir uns lachen wieder Warum lieg ich hier grad auf dem Boden? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab auf Instagram endlich die 100.000 Abo erreicht Leute Richtig geil Vielen vielen Dank auf jeden Fall Und jetzt würd sagen wir fackeln nicht mehr weiter rum Und ja Ciao 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 Ciao